Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie wir eigentlich in Excel mehrere Zeilen miteinander addieren und somit daraus die Summe bilden kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Vor mir habe ich jetzt mal eine Einkaufsliste liegen und hier möchte ich die ganzen einzelnen Preise zusammenzählen, um am Ende einfach diesen gesamten Preis zu erhalten und hierfür zeige ich dir jetzt einmal zwei verschiedene Methoden und ich fange mit der etwas aufwendigeren an. Hierfür mache ich mal einen Doppelklick auf die entsprechende Zelle, wo am Ende auch das Ergebnis stehen soll, gebe einmal istgleich Summe, Klammer auf ein und klicke auf meine erste Preiszelle hier drauf. Anschließend muss ich die Umschalttaste bzw. Shift-Taste auf meiner Tastatur gedrückt halten und kann hier einmal auf die letzte Preiszelle drauf gehen. Dadurch wird nämlich das Ganze dazwischen markiert, wie man hier unten auch durch den Doppelpunkt relativ gut erkennen kann. Danach mache ich noch die Klammer zu und bestätige mit Enter und somit haben wir jetzt nämlich auch schon das Ergebnis von diesen Preisen hier oben zusammengefasst. Eine weitere Methode, welche meiner Meinung nach noch einmal effizienter ist, ist die sogenannte Autosummen-Funktion. Hierfür muss ich mal mit gedrückter Maustaste hier auf meine erste Zelle drauf gehen, dann ziehe ich das Ganze runter bis zur Zelle, wo am Ende das Ergebnis stehen soll. Gehe einmal bei Start hier oben rechts rüber zu bearbeiten und hier können wir auch schon das Symbol für Autosumme erkennen. Da klicke ich jetzt drauf und er macht mir automatisch hier unten das Ergebnis von den einzelnen Preisen hier oben rein. Ich kann übrigens nur ans Herz legen, dass du immer von dem Ergebnis noch eine Zeile frei lässt. Das hat den Vorteil, dass ich jetzt mit einem Rechtsklick nämlich noch weitere Zellen einfügen kann und wenn ich jetzt zum Beispiel noch die Liste um Brot erweitern möchte, was einfach mal 2 Euro kostet, dann wird das Ganze nämlich auch hier automatisch vergrößert und natürlich das Ergebnis auch dementsprechend angepasst. Zum Schluss noch ein kleiner Trick, falls du mehrere Spalten nebeneinander hast und nicht jedes Mal einzeln die Summe daraus bilden möchtest, das geht natürlich in Excel auch um einiges schneller. Hierfür einfach mal auf das Ergebnis hier unten drauf klicken, wo natürlich auch meine Formel schon richtig drin steht, da muss ich rechts unten einmal in die Ecke hineingehen, bis dieses kleine Kreuz erscheint, klicke mit der Maus drauf und jetzt kann ich es nämlich entweder nach links drüben oder auch natürlich nach rechts dementsprechend verschieben und somit wird nämlich diese Formel auch automatisch übernommen. Wir können hier rechts sehen, Summe C2 bis C7, das ist das markierte hier oben und hier links hat er mir dann automatisch auch schon die Summe aus B2 bis B7 genommen und somit haben wir in Excel auch schon mehrere Zeilen miteinander richtig addiert. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den beliebtesten PC-Zubehörprodukten. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.